Stefan Rassecker Servus, ich bin Stefan Rassecker. Ich bin heute den ganzen Tag geschöpft in der Landringwerkstatt. Und jetzt bin ich hergegangen und habe mir was Gutes runtergeräumt. Aber wenn ihr euch auch so was Gutes zum Kaspeln haben wollt, wie ich da habe, dann sind noch ein paar Sachen zu beachten. Also heute geht es wirklich um die Arsch. Hörst, wer will denn da zum Grün anheben? Da will sie über eine Grausel jucken. Also so wie es da ist, da ist es zum Jucken zusammengerächt. Die Teestalken hängt voll in die Gleucht rein. Und da nicht gerade ein Genemperaner zum Anzünden. Also das geht überhaupt nicht. Wenn ihr das reinlässt, da kommt da eine Stichflamme entgegen, dass du mehr wie drei Wochen gemacht hast. Und der Zufallark ist nicht immer gerade das Beste. Ja, das gefällt mir schon viel besser. So wie es jetzt da ist, können wir eigentlich zum Grün anfangen. Wir haben auch einen originalen Anzündkamin da, Grün anzünder, Handschuhe haben wir auch hergebracht und das D-Stichl habe ich auch weggetan. Und wenn wirklich was zum Brennen anfangen sollte, habe ich ein Feuerlöscher auch da. Und für den eigenen Brand ein kleines Bär. So, und jetzt zenten wir ihn an. So, das Grün haben wir an die gräbere Verletzungen überlebt und auch einen Kaktus haben wir verschont. Dafür haben wir ein paar Würstchen auf den Grün aufgehauen. Und ich würde jetzt einmal sagen, Mahlzeit. Aber, wisst ihr, Leute, merkt ihr ganz? Sicherheit geht vor! Dankeschön! Mahlzeit! 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 Maien!